Ich zeige dir heute den besten und den schnellsten Weg, wie du jeden beliebigen Parameter in deinem Logic-Projekt einem MIDI-Controller auf deinem Keyboard zuweisen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal in der Musikproduktionen in Logic Pro. Diese Woche ist wirklich wahnsinnig bei mir los und deswegen gibt es heute nur einen kurzen Quick-Tipp, aber dafür einen, der es in sich hat und den mich so viele schon gefragt haben. Wir alle arbeiten ja meistens heutzutage beim Mixing und auch beim Producing und auch beim Arranging, meistens nur noch mit der Maus und mit unserer Tastatur. Aber manchmal wäre es einfach schön, irgendwas Haptisches in der Hand zu haben, einen Drehregler, einen Schalter oder irgendwas umzumischen, um irgendeinen Parameter von einem Instrument einzustellen und so weiter. Und deswegen wäre es cool, wir könnten verschiedene Parameter oder den, den wir von Hand sozusagen bedienen wollen, einem MIDI-Controller auf unserem Keyboard oder jedem anderen Controller zuzuweisen. Und natürlich geht das auch in Logic Pro, nur sorgt das immer wieder für einige Verwirrung. Und deswegen zeige ich dir jetzt hier den absolut besten und einfachsten Weg. Und zwar gehst du dafür einfach hier oben auf Logic Pro, dann auf Einstellungen und dann im Auswahlmenü hier auf Automation. Und hier unten siehst du jetzt Automationsschnellzugriff. Das schaltest du ein, dann gehst du auf MIDI-Buffet lernen und drehst am Rad. Also an dem Drehregler, den du gerne zuweisen möchtest. Ich nehme jetzt hier meinen Modulation Wheel. Ich drehe einfach dran, sobald ich das gemacht habe, gehe ich auf Fertig, kann wieder ausschalten. Und was jetzt passiert ist, ist wirklich genial. Und zwar weist ja jetzt mein Modulationsrad immer dem aktiven Automationsparameter der ausgewählten Spur aus. Ich habe jetzt diese Spur ausgewählt und du siehst jetzt hier, der aktive Automationsparameter ist Volume. Wenn ich jetzt hier drehe, bediene ich den Volume-Regler. Ich kann jetzt das auch umstellen. Wie gesagt, es ist immer der aktive, zum Beispiel auf Pan. Und jetzt schwupp bediene ich den Panning-Regler hier mit meinem Modulationsfil. Und so kannst du das auf jedes beliebige Parameter anwenden. Du kannst das auch mit einem Plug-in machen, zum Beispiel hier mit dem Tremolo-Plug-in. Ich gehe jetzt hier drauf auf diese Spur, wähle mir mein Tremolo-Plug-in aus und zum Beispiel Symmetry, das ist dieser Wert hier. Wenn ich jetzt hier dran drehe, dann kann ich die Symmetry meines Tremolo-Plug-ins automatisieren oder direkt verstellen. Das Irre ist, es funktioniert auch mit Plug-ins von Drittanbietern. Ich habe hier zum Beispiel Addictive Drums und wähle jetzt hier meinen Addictive Drums-Bass aus oder die Parameter, die er hier hat. Ich nehme jetzt hier mal Channel Bass Level, das ist der hier. Und du siehst, auch hier funktioniert es, wenn ich jetzt hier am Rad drehe, mach es mal höher, dann siehst du, dass ich hier das Volume vom Drums-Addictive-Bass hier bedienen kann. Und hast du diese Quick-Assign-Funktion in Logic gekannt? Wenn ja, schreib mir bitte in die Kommentare. Wenn nein, schreib mir bitte einfach Danke in die Kommentare, denn dann weißt du es einfach jetzt. Falls du weitere nützliche Logic-Tutorials sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da sind weit über 150 Video-Tutorials zu Logic Pro drin. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante und arbeite jetzt weiter.